Ja, ihr lacht, ich muss so leben. Ist ja nur noch so am Schmusen. Kennt ihr so Typen, die... Ah, hallo, na, ah, ah, hallo, ah, 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 ah. Ey, sag, nimm das Ding mit den Batterien aus dem Arsch. Hör mal, 2000 Männer haben das irgendwann mal verbuddelt. Er hat das wieder, Ente. Ja. Die heißt Chantal, seine Freundin heißt Chantal. Hör mal, was ist denn das für ein Name? Entweder die kommt aus dem Osten oder die macht Pornos. Hör mal, neulich hat er Mangold gemacht. Ich dachte, das wäre eine Zahnfüllung. Nein! Er kocht Mangold! Wo viel schraubt und drin in den Kopf? Alter, du spazierst so oft, kann nicht sein! Die Freundin guckt, ich sag, was macht die denn da? Ich sag, das kennst du nicht, das ist Quatsch. Wir müssen nach Nussloch! Ich sag, was haben wir hier vor? Wir müssen nach Nussloch! Ich sag, Nussloch klingt wie ein schwedischer Porno. Ich bin dabei! Fertig ein auf ein Kleid. Hier hast du meine Kreditkarte. Viel Spaß! Was denn? Die ist auf 100 Euro limitiert, kann nichts passieren. Darth Vader kommt rein. Meine Freundin fragt, warum atmet denn der so? Ich sag, weil er raucht! Ich sag, Mann, lass den Mann in Ruhe, der hat einen schwarzen Helm auf dem Kopf. Ich sag, wenn Laser Licht ist und Licht unendlich, warum ist denn das Laserschwert nur ein Meter lang? Ich sag, was? Weil ein 600 Meter langes Schwert scheiße aussieht! Es kam Titanic. Was für ein Scheißfilm! Ich sag, 20 Millionen Nadeln. A, wo hat er die her? B, wer hat die je zählt? Aline und Leo hängt ja im Wasser. Sie die ganze Zeit auf der Tür. Mir ist so kalt. Mir ist so kalt. Mir ist so kalt. Mir ist so... Er, weißt du, er hängt im Minus 20 Drillard im kaltem Wasser. Sie die ganze Zeit. Mir ist so kalt. Mir ist so kalt. Das ist auch der Grund, warum er losgelassen hat. Die Scheiße höre ich mir nicht mehr an. Drei Männer in einem Raum. Einer lässt einen fahren. Die anderen beiden. Respekt! Weißt du, wo die Fernbedienung war? Auf dem Fernseher! Das kann ich meiner Freundin erklären. Steht die da. Tütt! Kein Anschluss hinter dieser Nummer. Wo die Badezimmer ja so riesengroß sind, wa? Ja! Mensch, wie oft feig mit dem Mofa bis zum Waschbecken, ja? Da hast du aus Versehen zufällig mal meinen Hammer genommen. Ich habe deinen Scheißhammer nicht. Ich habe deinen Scheißhammer nicht. Aber ich habe mich auf eine Erde im Sack ver Vielen Dank. Ich habe deinen Scheißhammer nicht damit. Du hast auch eine gute Badezimmer. Und du hast du aus Versehen mit dem Mofa bis zum Waschbecken. Du hast dich überholt. Und du hast du aus Versehen mit mir. Untertitelung des ZDF, 2020